Willkommen beim Valuta. Einen guten Abend. Feuer, Wasserschäden, Einbruch oder Diebstahl. Alles Gefahren, die man auf keinen Fall selbst erleben will. In der Praxis aber sind jeden Tag irgendwo in der Schweiz einige Menschen genau damit konfrontiert. Wer dann nicht genug abgesichert ist, erlebt mehr als nur einen Schreck, weil er oder sie unter Umständen neben Verlust von persönlichen Wertgegenständen auch noch mit hohen finanziellen Folgen konfrontiert ist. Trotzdem ist eine Hausratsversicherung in den meisten Kantonen nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern mehrheitlich freiwillig. In einzelnen Kantonen gibt es Vorgaben für einen Schutz für Elementarschaden wie z.B. Sturm, Überschwemmung oder Lawinen. In Valuta zeigen wir heute, wie man sich wenigstens finanziell gegen teure Schäden in der Wohnung oder im Haus schützen kann. Ich begrüsse jetzt bei mir Andrea Zinsli, Generalagent bei Helvetia Grabünde. Herzlich willkommen. Andrea Zinsli, in den meisten Kantonen ist eine Hausratsversicherung freiwillig. Kann man die jetzt einfach sein lassen und die Prämie auch sparen? Ja, es ist richtig, dass wirklich nur in vier Kantonen eine Hausratversicherung gegen Feuer- und Elementarschäden obligatorisch ist. Das heisst also im Kanton Grabünde wie Anglarus und St. Gallen ist es freiwillig. Es ist aber überhaupt nicht empfehlenswert, dass man diese nicht abschließt, weil es vielen Leuten gerne bewusst ist, wie viel Vermögenswert sie zu Hause haben. So kann ein durchschnittlicher Haushalt, eine Familie mit zwei Kindern, durchaus einen Vermögenswert von 120'000 Fr. haben. und eine Prämie im Jahr von 250 bis 300 Fr. für eine Hausratsversicherung ist durchaus eine gute Investition. Feuer- und Wasserschäden können richtig teuer werden. Was beinhaltet dort Versicherungsschutz? Also eine Hausratsversicherung deckt wirklich das Hab und Gut ab, die man in eigener Vieh erwähnt hat. Das kann aber auch im Keller sein oder auf der Terrasse, also einfach die Sachen, die man zu Hause hat. Und diese sind eben deckt gegen Feuer und Elementargfahre. Elementargfahre heisst es in Naturgewalten, das kann eine Überschwemmung sein, das kann ein Hagelsturm sein, das kann aber auch Hochwasser sein und ein paar andere Gefahren. Der Wert ist ganz wichtig, dass man zu Hause einmal checkt, was für einen Versicherungswert hat, also was sind die beweglichen Sachen zu Hause. Ich sage immer, alles was man beim Zügel mitnehmen kann, dass man das einmal bewertet, dass man den richtigen Wert hat. Und das am besten, wenn man Versicherungsprofi einmal einordnet und anschaut. Weil so hat man dann Gewehr, dass wenn etwas passiert, dass man auch den ganzen Betrag versichert hat. Ein bisschen aufpassen muss man, was man mit dem Geld zu Hause hat oder mit den Wertgegenständen. Auch für die gibt es, Bargeld ist in der Regel, bis zu einem gewissen Betrag mitversichert. Und Wertgegenstände, je nachdem zu einer gewissen Summe. Da muss man schauen, ob es lenkt. Und wenn es nicht lenkt, kann man eine Zusatzversicherung machen. Wie sieht es aus mit Erdbeben? Ist man ebenfalls mit der Hausratversicherung geschützt? Erdbeben ist im Grundsatz nicht in der Hausrat mitversichert. Das kann man aber eigentlich bei jeder Gesellschaft mit einer Zusatzversicherung einschliessen. Weil Erdbeben gilt nicht als elementarversicherungstechnisch. Und darum muss man das separat einschliessen. Danke einmal für das Erste. Viel grösser als das Feuer- und Erdbebenrisiko ist bei uns die Gefahr, dass man Opfer von einem Einbruch oder Diebstahl wird. Einbruch ist eines der häufigsten Delikten in der Schweiz. Betroffen sind alle, egal ob Besitzer von einem Einfamilienhaus, einer Eigentumswohnung, oder ob Mieterinnen und Mieter oder WG-Bewohner. Meistens verschaffen sich Täter gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen, klauen Geld, Schmuck oder oft auch technische Geräte wie Laptop oder Smartphones und hinterlässt das Chaos. Andrea Zinsli, gegen Einbruchfolgen ist man in der Hausratversicherung geschützt. Was muss die zwingend beinhalten? Man muss immer aufpassen oder checken, ob die Versicherung auch ein einfacher die Abstahl versichert hat. Das heisst, wenn nicht eingebrochen wird oder es ist nicht peraubig, also es ist keine Anwendung von Gewalt. Der Klassiker ist der Trick, die Abstahl, man darf etwas entwenden, wie zum Beispiel das Velo am Bahnhof. Dass das beinhaltet ist. Dann ist auch wichtig, dass man darauf achten, vor allem wenn man Eigentümer ist von einer Wohnung, bei einem Einbruch ist etwa nicht einmal das zu teuren, was gestohlen wurde, sondern was verwüstert wurde oder eben, dass man den Türraumer oder die Fenster aufgebrochen hat. Darum muss man darauf achten, dass das auch mit eingeschlossen ist. Das Gleiche ist bei den Wertgegenständen. Auch dort schauen, wie die aufbewahrt werden müssen, dass es versichert ist. Bargeld ist in der Regel mitversichert, aber nicht bei einfachem Diebstahl. Das gilt es zu überprüfen bei der Polizei. Jetzt wurde fast jeder von uns schon einmal bestohlen. Mit der Hausratpolizei ist man bei Diebstahl ausser Haus versichert? Ja, also wenn man unterwegs ist und auch wieder wenn eine Beraubung stattfindet, also wenn ein Hotel eingebrochen wird oder in einen Veloraum, wenn man auswärts ist, dann ist das mitversichert, auch wenn man eine Handtasche aus der Hände gerissen wird. Aber was man muss aufpassen und eine Zusatzversicherung machen ist eben einfach Diebstahl, sprich ein Ski vor dem Bergrestaurant, eine Kamera im Restaurant, wenn die einfach entwendet ist, für das braucht eine Zusatzversicherung. Man muss mit dem Versicherungsprofi zusammen eine Versicherungssumme festlegen, damit das dann auch eingeschlossen ist. Aber das ist gut machbar und gilt es anzuschauen. Jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber doch auch sehr wichtig ist Privathaftpflicht. Die wird meistens mit dem Hausrat zusammen abgeschlossen. Wie bekommt man da jetzt einen optimalen Rundumschutz? Ja, bei der Privathaftpflicht ist es auch wichtig, da muss man wirklich die Lebenssituation ansehen, wie bewegt man sich zu einem Leben, was schafft man, was macht man auch für Hobbys. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Versicherungssumme anschaut, den Selbstwert anschaut, dann prüft, ob die Leute, die mit einem zusammenwohnen, das können die eigenen Kinder sein, aber natürlich auch das Hausmitbewohner, ob sie mitversichert sind, wie lange bis zu welchem Alter sie mitversichert sind. Und dann gilt es eben ein bisschen spezifisch zu schauen individuell, was für Zusatzversicherungen machen das Sinn. Da empfehle ich immer, dass man auch eine Deckung sogenannter Grobfahrlässigkeitsverzichte einschlüsst, das heisst, dass wenn Leistungen verkürzt werden können aufgrund von Grobfahrlässigkeit, dass das ausgeschlossen ist. Dann, wenn man mit fremden Autos fährt, was passiert, wenn man Geschäftsschlüssel hat und diese verliert. Dann natürlich bei Haustieren ist es ein bisschen heikel, dass man schaut, ob das deckt ist, wenn man Sport treibt, wenn man Kinder hat oder auf Kinder aufpasst. Das sind so Deckungen, die es gilt zu prüfen und wirklich individuell mit einem Versicherungsprofi auch anzulassen. Kann man dort auch einsparen, wenn man das kombiniert miteinander? Oder wie bekommt man die besten Konditionen? Ja, Privatabpflicht im Jahr zahlt man so 100 bis 200 Franken und die Folgeschäden weiss nicht, wie hoch die sind. Darum ist dort sicher am falschen Ort gespart, wenn man zu viel spart. Aber wie ich vorhin gesagt habe, man muss individuell anschauen, nicht, dass man Zusatzversicherungen zahlt, die man gerne braucht. Und so wirklich individuell das anschaut und nicht einfach so eine Standardlösung hat. Das, denke ich, ist immer die wichtigste Empfehlung. Danke, Andrea Zinsli.